DIY heißt do it yourself, aber heute checken wir DIY aus. Jeder kennt die nutzlosen Lifehacks von 5-Minute-Crafts und DIY-Reddit ist eine Ansammlung davon. Bloß ist nicht alles 5-Minute-Crafts. Checkt unbedingt mein Twitch aus, wenn ihr live dabei sein wollt und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und viel Spaß mit dem Video. Chat, wir gehen rüber zu fucking DIY-Reddit. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Jeder kennt die Ys, aber es sind statt das Y ist ein Y dabei, Chat. Ist das ein Dildo? Chat, was kann da so cooles rauskommen? Ist es Zement? Ich glaube, NA hat noch nie Kunstunterricht. What the fuck soll das werden? Irgendwie glaube ich nicht, dass es richtig funktioniert. Das ist einfach ihre Hand als Skulptur. Ich will das Ergebnis sehen. Eee, what the fuck? Wir machen es spannender, als es eigentlich ist. Oh, es sieht eigentlich besser aus, als ich gedacht habe. Warum handeln die es auf dem Pümpel? Ey, NA hatte noch nie Kunstunterricht, Chat. Wir haben uns 3 Minuten in unserem Leben gewastet. Wie cool werden die Schuhe aussehen? Was ist das für Sahnespray? Oh Gott, man, die perfekten Schuhe. Oh no, warum denn die Sohle? Ich habe noch nie so hässliche Schuhe gesehen. Satch, fucking wasted money. Alright, ich nehme mein Cuttermesser und... Versteht's nicht. Well, Chad, ich habe euch gesagt, das wird unnötiger Shit sein. Wo ist Part 1? Ich habe mal so ein hässliches T-Shirt gesehen. Was macht er mit der Banane? Fuck, macht er mit der Banane? Es sieht aus wie Mais. Oh shit, irgendwie ist es cool. Irgendwie ist es cool, aber es ist fucking unnötig. I don't know. Ich verstehe es nicht. Kannst du mir da erklären, was hier gerade passiert ist? Chat, what the fuck sind die Bubas? Ich hasse den geil. Julius, was zur Hölle hast du überhaupt gerade gemacht? Da ist nichts passiert. Oh Chad, guckt euch. I don't know, man. Der Subreddit ist unnötig. Wait, das ist actually cool. Wait, das ist actually cool. Das ist jetzt no cap? What the fuck? Das ist actually cool. Das ist actually nice. What the fuck? Ich würde das privat nicht machen. Das ist actually eine nice Idee. Hey. Why immersion, Chad? Immersion. Ich will das haben. Oh, da macht er irgendeine Flüssigkeit drauf. Lebt es jetzt zu? Hä? Er kattet es raus? Wo hat jeder dieses Jelly her? Oh mein Gott, das ist eine Taschenmuschi. Oh no, Chad. Mach das nicht nach, Chad. Mach das nicht nach. Oh. Never mind, Chad. Never mind. Ist was anderes. Ich dachte, das wäre ein Flashlight. Oh Gott, das kenne ich. Hey, sie hat es probiert. Sie hat es nicht hinbekommen. Ist actually cool. Ist das nice. Ich frag mich, ob man es noch essen kann. Nein, es nervt mich. Sie, sie, sie. Ne, es nervt mich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gefährlicher ist. Wie kommt sie runter? Oh ja, gute Frage. M-E-D-Originates, was der Hölle ist das? Oh Gott. Das sind zwei Kackhaufen. Die armen Fische. Manchmal frage ich mich, denken die wirklich, das sieht hübsch aus? Holy shit. Das ist sick. Das ist Camille. Wait, what the fuck? Just make it more difficult by putting a stick in the toilet. Jet, you idiots. Oh, das könnte dir sein. Oh. Summa shit. Wird das nicht schimmeln? Ich meine, der hat sogar ein Luftloch da gelassen, damit es schimmelt danach. Als ob das nicht schimmelt. Brennen die Sticks nicht an? Ist es nicht gefährlich? Kann es nicht Feuer fangen? Wait. Wisst ihr, was das Eklige ist? Weil das ist genau der Part, der vielleicht stinkt. Was, wenn man da Axtstreifen hatte? Und dann hat man es genau vor seiner Fresse. Man riecht es. Ja, schau an das. Okay. Okay, wir versuchen unsere Farbe. Okay. Wird bereit, zu sehen, Mary Catherine? Ich bin so excited. Das klingt ein bisschen wie ein Porno. Der Kameramann, der ganze Zeit kommentiert. Farbkombination ist shit. Wer benutzt orange? Mit grün. Warum tut sie gerade so, als ob sie weiß, was sie tut? Es muss ein Troll sein. Ich kann nicht glauben, dass es ernst gemeint ist. Ich glaube es nicht. Es ist ein Joke. Wir machen es nur für TikTok. Was mit dem Rücken? Stand up. Oh. Oh mein Gott. Es ist stöpendig. Let me see. Das ist so schön. Schau an das. What? N.A. chat. N.A. N.A. Ein Tisch. Ein Tisch. Ein Tisch. Oh wait. Das ist eigentlich... Wait. Das ist eigentlich praktisch. Hä? Das ist doch eigentlich nice für die. Ist so witzig, oder nicht? Ich hätte irgendwie, wie ich einen Huhn haben. Das sind auch viele Fake AirPods. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum ist der Song so wichtig? Was passiert da? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert. Nein. Das ist nicht possible. Ich glaube nicht, dass das wirklich possible ist. Ich glaube nicht, dass das possible ist. Als ob das funktioniert. Fuck this, Red Chat. Nein. Nein. Wir hören auf. Wir gehen rüber zum Game. Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Ich kann nicht mehr.